Mit diesen Ernährungstipps schaffst du es, deinen Alterungsprozess zu verlangsamen und erwiesenermaßen mehr als 10 Jahre zusätzliche Lebenszeit zu gewinnen. Im heutigen Video stelle ich dir die Ergebnisse einer aktuellen Publikation vor, in welcher der Einfluss verschiedener Ernährungsumstellungen auf unsere Lebenserwartung analysiert wurde. Dafür muss man natürlich wissen, wie die optimale Anti-Aging-Ernährung überhaupt aussieht. Deshalb haben die Autoren verschiedene Meta-Analysen betrachtet, die Dosis-Wirkungsdaten zu den Auswirkungen verschiedener Lebensmittelgruppen auf die Sterblichkeit liefern. Anhand dieser Daten hat man für die Lebensmittelgruppen die jeweiligen Mengen ermittelt, bei denen eine weitere Erhöhung oder Senkung der Aufnahme zu keiner zusätzlichen Verbesserung der Sterblichkeit führt. Dabei hat sich ergeben, dass die als optimal definierte Ernährung folgende Mengen der verschiedenen Lebensmittelgruppen beinhaltet. 225 Gramm Vollkornprodukte, 50 Gramm raffiniertes Getreide, 200 Gramm Hülsenfrüchte, 400 Gramm Gemüse, 400 Gramm Obst, 25 Gramm also ungefähr eine Handvoll Nüsse, 200 Gramm Fisch, 25 Gramm Ei, 200 Gramm Milch oder Milchprodukte, 50 Gramm weißes Fleisch und 25 Gramm pflanzliches Öl. Aber kein rotes oder verarbeitetes Fleisch und keine gesüßten Getränke. Diese optimale Ernährung wurde der typisch westlichen Ernährung basierend auf Verzehrsdaten aus den USA und Europa gegenübergestellt. Um jetzt die Auswirkungen der Ernährungsumstellung auf die Lebenserwartung zu bestimmen, hat man ein multivariables Prognosemodell entwickelt, welches das Hazard Ratio der jeweiligen Ernährungsumstellung sowie den Evidenzgrad für die jeweilige Lebensmittelgruppe aus den Meta-Analysen berücksichtigt. Auf die genaue Methodik des Modellierungsverfahrens gehe ich an der Stelle nicht ein. Durch die Berechnung konnte man bestimmen, wie sich eine Umstellung von der typisch westlichen Ernährung auf die definierte optimale Ernährung zu verschiedenen Zeitpunkten auf die Lebenserwartung auswirkt. Dabei hat sich zum Beispiel ergeben, dass für männliche 20-Jährige eine Steigerung der Lebenserwartung um 13 Jahre durch die Ernährungsumstellung möglich ist, während Frauen ihre Lebensdauer um 10,7 Jahre verlängern können. Eine Ernährungsumstellung wirkt sich dabei umso stärker auf die Lebenserwartung aus, je früher sie umgesetzt wird. Trotzdem ist selbst für 80-Jährige noch ein Gewinn von 3,4 Lebensjahren möglich. Das klingt vielversprechend, ist aber nicht durch die kurzfristige Aufnahme eines bestimmten Lebensmittels oder Nahrungsergänzungsmittels realisierbar, wie es häufig dargestellt wird. Solch einfache Lösungen hören wir zwar gerne, sie entsprechen aber meistens nicht der Wahrheit. Es geht vielmehr um nachhaltige Ernährungsgewohnheiten, die über die Jahre dazu führen, dass wir langsamer und gesünder altern. Zudem muss man berücksichtigen, dass es neben der Ernährung noch viele weitere Faktoren gibt, die Einfluss auf unseren Alterungsprozess haben. Die Prognosen gehen davon aus, dass alle anderen Lebensstilfaktoren konstant bleiben. Konkreter haben die Autoren auch die Auswirkungen einzelner Ernährungsumstellungen bestimmt. Besonders stark trägt dabei der tägliche Konsum von 200 Gramm Hülsenfrüchten zur Lebensverlängerung bei. Genauso wie der Verzehr von 225 Gramm Vollkornprodukten sowie 25 Gramm Nüssen und der Verzicht auf rotes und verarbeitetes Fleisch, wobei die Auswirkungen dieser Ernährungsumstellungen mit zunehmendem Alter geringer werden. Meta-Analysen haben zwar auch für den Verzehr von Obst, Gemüse und Fisch stark gesundheitsfördernde Wirkungen gezeigt, allerdings liegt bei diesen Lebensmittelgruppen die durchschnittliche Aufnahme näher an der optimalen Menge als bei anderen Lebensmittelgruppen, weshalb eine Ernährungsumstellung einen vergleichsweise geringen Effekt hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine nachhaltige Umstellung auf die optimierte Ernährung in jedem Alter signifikanten Einfluss auf die Lebenserwartung hat, wobei der Verzehr von Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und Nüssen sowie eine Verringerung der Aufnahme von rotem und verarbeitetem Fleisch die wirksamsten Ernährungsumstellungen sind. Um die Wirkung einer Reihe von Ernährungsumstellungen sofort abschätzbar zu machen, haben die Autoren ihre Methode in ein frei verfügbares Online-Tool implementiert, welches ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Mithilfe dieses Tools kannst du die Auswirkungen deiner täglichen Ernährung auf den Alterungsprozess abschätzen. Dazu muss man sagen, dass das Tool, genauso wie die Studie, nur Schätzungen auf Basis einer Modellierung liefern. Es handelt sich nicht um belastbare Ergebnisse aus einer randomisierten Interventionsstudie, wobei der Nachweis einer tatsächlichen Lebensverlängerung allgemein sehr schwer durchzuführen ist, weil große Vergleichsgruppen benötigt werden, die randomisiert, prospektiv verschiedenen Interventionen über lange Zeiträume ausgesetzt werden. An der vorliegenden Methodik kann man zudem kritisieren, dass die verschiedenen Lebensmittelgruppen isoliert betrachtet wurden, obwohl sie als Bestandteil der gesamten Ernährung möglicherweise abweichende Auswirkungen haben. Natürlich gibt es neben der reinen Lebensmittelauswahl noch eine Reihe weiterer Faktoren, die eine Anti-Aging-Ernährung ausmachen und das Potenzial haben, deinen Alterungsprozess zu verlangsamen. Schau dir gerne mein Video zu dem Thema an, um zu erfahren, welche Faktoren das sind. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.